Der ADAC war gerade angesprochen. Was sagt der dazu? Wollen wir wissen. Zum Tagesgespräch begrüße ich in München Klaus Reindl, den Sprecher des ADAC. Herr Reindl, Schilder, gegen Geisterfahrer hilft das überhaupt was? Also die Schilder helfen ganz sicherlich gegen denjenigen, der aus Versehen auf die verkehrte Richtung aufgefahren wäre. Der wird möglicherweise im letzten Moment noch daran gehindert. Gegen bewusste Falschfahrten sind diese Schilder allerdings auch kein Heilmittel, denn bewusste Falschfahrten wird man ohnehin kaum verhindern können. Da wären die angesprochenen Krallen ein Hilfsmittel, aber das Gefahrenpotenzial ist größer als der Nutzen. Verstehe ich das richtig? Diese Krallen werden immer wieder ins Gespräch gebracht als Allheilmittel. Da sind sie aber bei weitem nicht. Zum einen kann ich nicht an allen Stellen, wo es möglich ist, im deutschen Autobahnnetz auf die Autobahnverkehrt aufzufahren, solche Krallen anbringen. Und dann spricht gegen diese Krallen auch, dass sie bei Witterungsverhältnissen, bei Schnee und Eis nicht regelmäßig funktionieren oder dass ein Fehlverhalten nicht ausgeschlossen werden kann. Und vor allen Dingen haben diese Krallen einen ganz großen Nachteil. Es gibt nämlich Situationen, wo Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, Einsatzfahrzeuge in verkehrter Richtung auf die Autobahn auffahren müssen und das wäre dann nicht mehr möglich. Und wenn man sich einmal überlegt, wie viele Anschlussstellen 2800 wir im deutschen Autobahnnetz haben, wie viele nicht gezählte Einfahrmöglichkeiten wir haben bei Parkplätzen, bei Rastanlagen, bei Betriebszufahrten und bei sonstigen Möglichkeiten, dann gibt es wohl keine hundertprozentige Sicherheit. In unserem Film wurden auch technische Möglichkeiten angesprochen über die Navigationsgeräte in den Fahrzeugen. Wäre denn auch denkbar, dass man akustische Signale durch Lichtschranken, durch andere Schrankensysteme an den Einfahrten installiert, wenn ein Auto aus der falschen Richtung kommt? Also theoretisch wäre das natürlich schon möglich, dass man Lichtschranken, dass man Schranken macht an den Ein- und Ausfahrten. Aber das verhindert natürlich nicht, dass jemand etwa auf freier Strecke auf einmal zu wenden beginnt, aus welchen Gründen auch immer, dass jemand auf einem Parkplatz verkehrt ausfährt. Das Ganze wird man sicherlich nicht verhindern können. Was man allerdings machen kann und was auch technisch überhaupt kein Problem ist, man kann die Warnungen vor Falschfahrern sofort auch in die Navigationssysteme einspeisen. Das kann von einer Minute von jetzt auf gleich passieren, denn die technischen Möglichkeiten dazu sind da. Da scheuen sich nur noch die Hersteller der Navigationsgeräte davor, das sofort umzusetzen. Wer je einem Falschfahrer begegnet ist und ich gehöre dazu, weiß, wie notwendig ein solches Hilfsmittel wäre. Vielleicht unnütz ist ein Hilfsmittel in unseren Smartphones, nämlich der Radarwarne. Allerdings der ADAC war dafür, dass das legalisiert wird. Naja, es kann natürlich nicht sein, dass diejenigen, die die stationären Blitzer ohnehin kennen, sozusagen besser gestellt werden als die ortsunkundigen Autofahrer. Denn entscheidend ist bei einem stationären Blitzer, dass die Geschwindigkeit herabgesenkt wird, dass man Unfallschwerpunkte entschärft. Blitzer gleich welcher Art sollten nicht dazu dienen, die Haushaltskassen von klammen Kommunen oder von klammen Landkreisen aufzubessern, sondern sie sollten wirklich nur dort eingesetzt werden, wo es um die Verkehrssicherheit geht und wo man langsam fahren muss, um die Unfallgefahren zu minimieren. Also ist der ADAC traurig, dass sich die Verkehrsminister gestern gegen die Legalisierung ausgesprochen haben. Es wird sich in der Praxis sicherlich nicht allzu viel ändern, denn schon bisher hat man das ja eigentlich nicht kontrollieren können, man hat es auch nicht sanktionieren können. Und ich denke, dass sehr viele Autofahrer ja ohnehin wissen, wenn sie Strecken regelmäßig fahren, wo Blitzer stehen. Und Blitzer gehören eben wirklich nur dort aufgestellt, wo es der Verkehrssicherheit dient, wo man wirklich Gefahrenschwerpunkte entschärfen muss. Und deswegen sollen natürlich auch nicht alle Blitzer in den Apps genannt werden, es sollen auch nicht alle mobilen Blitzer aufgeführt werden, sondern die stationären Blitzer, vor die soll man aus Fairness gründen auch die Autofahrer warnen, die nicht ortskundig sind, die aber trotzdem aufgefordert werden, an diesen Stellen entsprechend langsam und besonders vorsichtig zu fahren. Den Appell, wie gesagt, hat man in Pflanzburg gestern nicht erhört. Klaus Reindl, herzlichen Dank. Nach München. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020